Moin YouTubers, ich begrüße euch herzlichst auf meinen Kanal, pünktlichst um 12 Uhr. Heute habe ich ein weiteres geiles Gameplay für euch mit zwei geilen Waffen. Und zwar einmal der OG-K, so habe ich die gespielt, schön mit Fingerfertigkeit zum Quakescopen, da ist die K und dann zur aktuellen, meiner Meinung nach, Meta-SMG der PPSH. So habe ich die PPSH gebaut, so zocke ich die und es ist wirklich ein Hammer-Gameplay. Seit langem mal wieder Rebirth. Wenn ihr wieder mehr Bock auf Rebirth habt, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, Video bis zum Ende anschauen, für den Support und ansonsten viel Spaß mit dem Video, bis zum nächsten Mal, haut rein! Was für Waffen in Rebirth? Bro, einfach PPSH. PPSH und K, mehr nicht. Seid nicht zu hart zu mir. Ich mach das nicht, ich mach das nicht, weil ich ein Lacher bin, ich mach das nur, weil dieser scheiß Modus verbuggt ist. Wenn dieser Modus nicht verbuggt gewesen wäre, der hätte ich sowas durchgezogen. Das wisst ihr, das weiß jeder von euch im Herzen. Moin Barney. So, Artemis Bandit. Jetzt durch diese scheiß Rebirth-Lobby-Squitte spielen. Digger, hallo, lass mir auch mal was übrig. Moin Stefan. Und nochmal übrigens, Küsse, Herz, an alle, die am Start sind. Muss auch mal gesagt werden. Küsse, Herz, an alle, die am Start sind. Ist kein Mod am Start? Moin Juri. Moin Baruch. Ist drin, niedergültig mit Foto. Moin Mario. Mein Gott, leck mich doch. Ne, holt mich. ist drin, niedergültig mit Foto. Super. Was ist das? Barisch mit 8 Morden. Chat ist doch viel Liebe dafür Barisch. Und alle die am Start sind, die Liebe da lassen. Dankeschön für 8 Morden Support mein Liebster. Digga. Gib mir wieder die Time to Kill vom Solos. Kappa. Das ist so insane ne. Aber ihr müsst ja mal überlegen. Das sind 50 Leben ne. 50. Was 50 Leben ausmachen. Einfach ein ganz anderes Spielerlebnis. 50 Leben nur. Das ist so krass. Das 50 Leben so viel ausmachen. Kann ich mir nicht vorstellen. Die müssten da safe noch weniger Leben drum haben. Oder? Da muss safe noch ein bisschen weniger drin sein glaube ich. Das kann nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur 50 sind. Und deswegen will ich übrigens kein Back to Back machen. Weil die Sololobbys auch Bodenlos sind hier in der Grube. Was ist das denn? Eklig. Ne. Wie willst du das in der Pre-Game Lobby. Du kannst es also. Du kannst es doch in der Pre-Game Lobby gar nicht testen. Weil in der Pre-Game Lobby jeder zwei Platten hat. Ja mach ich mal. Ja mach ich mal. Top-Geld-Ziel bestätigt. Beeilen wir uns. Titanium-Trial-Sandy. Sammelt ganz gut. Wundervoll. Wo ist der Shop? Kein Shop mehr. Bei Chemical gibt es einen Shop. Deaktiviert. Tendermarkiert. Das Gas brattet sich aus. Neue Sicherheitszone. Keine Chance, dass der da hinkommt, oder? Das Team ist unter den besten fünf. Während wir das Netz retten. Das Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ich brauche Aufklärung. Drohne beginnt Überflug. Endlich wieder mal Plays machen und so. Wenn ich gefickt werde, weil man einfach besser ist. Das ganze. Drohnen Treppstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Ich kann weiter. Viel Essen zu tun. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Der hat überlebt dieser John Knochen. Den habe ich genug gehabt. Außer Person. und jan gg-g-g-g-g-g-g-giant Untertitelung des ZDF, 2020